Hola, was geht, was geht, was geht. Neues Video. Heute mal wieder ein neuer Song von Luis. Top auf. Okay, bisschen auf sexy angelehnt vielleicht. Bin ich gespannt. Wir gehen rein, ohne viel gequatsche gelabert. Let's go. Mach das Top auf und ich guck rauf, wie die Sterne scheinen. Bin vielleicht ein bisschen zu laut um die Nachbarn und die Polizei. Uuuuh. Uuuuh. Jaaa, mit sowas euch gerechnet. Mit so'n richtig geilen Sound. Jungen, das fängt schon sehr, sehr geil aus. Aber scheiß drauf, Baby. Mach das Top auf und ich guck rauf, wie die Sterne scheinen. Warte nochmal, was? Mach das Top auf und ich guck rauf, wie die Sterne scheinen. Mach das Top auf und ich guck rauf. Okay. Zwei Sachen. Entweder Cabrio und du guckst hoch und siehst die Sterne. Oder Top auf, Lucky Lucky und aha, aha. Das kann natürlich auch sein, ne? Ist vielleicht ein bisschen sehr weit rausgeholt, aber okay. Bin vielleicht ein bisschen zu laut und die Nachbarn und die Polizei. Aber scheiß drauf, Baby. Ich auch guess, ich rock, Baby. Bleib für immer jung. Wuhu. Ja, genau so. Genau so ein Song muss Luis jetzt droppen. Es wird warm und so ne geile Mucke. Aber scheiß drauf, Baby. Ich auch guess, ich rock, Baby. Bleib für immer jung. Leben fest, schnelles Geld. Heute Nacht geh ich dumm. Mach das Top auf und ich guck rauf, wie die Sterne scheinen. Yeah. Ich hab noch was vor, Baby. Am liebsten würde ich bei dir sein. Yes. Warte mal. Diese. Kennen wir das nicht irgendwoher? So das ganze Apartment, sag ich mal so? Oder den Raum? Oder kommt es einfach nur so vor, weil diese Ansicht so ähnlich ist aus einem anderen Luis-Musikvideo? Weiß ich jetzt grad gar nicht. Aber warum ist das alles mit Dinges überzogen mit dieser Folie? Ist das so'n, 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 so'n Drogending? Irgendwie? Wenn du durchsucht wurdest oder so? Weil, macht ja auch wenig Sinn. Wenn ich jetzt guck, da sieht man Flaschen auf der Folie und unter der Folie sind auch nochmal Flaschen. Oder ist einfach wieder nur, ne, Inszenierung mäßig, soll cool aussehen. Auch wenn's komisch ist. Die Stimme in meinem Ohr, Baby, die lassen mich nicht allein. Yeah, wow. Ich pack ein Gramm in meinem Blatt und was gestern war, weiß ich nicht. Ich will weg von hier. Ich bin auch lange nicht da, wo ich hin muss eigentlich. Will mich nicht verlieren. Ich kann so fahren, ja. Ich kann nicht fahren mehr. Ich bin raus und ich guck in die leere Stadt. Ja, alle Lichter sind aus. So wie bei mir, Baby. Ich mach das Top auf und ich guck raus. Ey, diese E-Gitarre hört sich so geil einfach wieder an, ne? Das sag ich auch immer wieder. Dieser Sound plus Luis ist einfach so unfassbar geil, weil der einfach so ne schöne, melodische Stimme hat. Aber wie sich das hier aufbaut, boah, leck mich am Arsch. Ist das geil. So wie bei mir, Baby. Ich mach das Top auf und ich guck rauf, wie die Sterne scheinen. Bin vielleicht ein bisschen zu laut um die Nachbarn und die Polizei. Aber scheiß drauf, Baby. Mach das Top auf und ich guck rauf, wie die Sterne scheinen. Bin vielleicht ein bisschen zu laut um die Nachbarn und die Polizei. Aber scheiß drauf, Baby. Ich rauch Gas, ich rock, Baby. Ich bleib früher mal jung. Lebe ein schnelles Geld. Heute Nacht geh ich dumm. Junge, wie schön und geil hört sich das bitte an. Also Real Talk, ich liebe genau diesen Luis. 100 Prozent. Ne, die anderen Songs, ihr wisst, meine Reactions müssen nur nachgucken, ne? Entweder geil oder mhm. Aber das ist der Sound, den ich einfach liebe. Dieses Schlagzeug, diese E-Gitarre. Aber hier kommt noch dieses Piano noch dazu. Würde ich jetzt sagen, ist ein Piano. Diese hohen Töne da. Wow. Das hört sich so geil an. Jetzt. Oh, da. Heute Nacht geh ich dumm, mach das Top auf und ich guck rauf, wie die Sterne scheinen. Ach so, das ist... Hä, ist das... Nein. Das wurde doch höher gepitcht gerade, oder? Das müssen wir nochmal anhören. Mein hört sich ja auch geil an, ne? Aber wenn das das Dingens ist, das... Ich sag jetzt mal Piano. Halleluja. Weil hier hört sich das viel, viel höher an. Okay, Einbildung. Aber auch immer diese alten Karren bei Louis, ne? Ich mein, hab ich nichts gegen, ne? Jedem das Seine, so... Meins ist es nicht, aber... Hat irgendwie auch so dieses Bodenständige. Aber nichtsdestotrotz ein geiler Sound. Ne? Melodie-technisch, ihr habt's gerade gehört. Feier ich extremst. Dieses Schlagzeug plus Louis. So, was soll ich da großartig zu sagen? So, das ist genau mein Shit. Es ist geil, dass es genau jetzt zum Sommer rauskommt. Weil das wirklich so dieses Sommer-Feeling hat. Auch wenn es durch dieses Video gar nicht so... Verstärkt wird, sag ich mal. So, dass man wirklich... Man guckt ja das Video. Man hat dieses richtig geilen Vibe. Aber ich glaube, es wird nochmal ein bisschen geiler kommen, wenn man... So wirklich so dieses Sommer-mäßige nochmal ein bisschen mehr hat. Und damit so wirklich dieses... Ganze Potenzial von diesem Sommer-Vibe aus diesem Song rauszukriegen. Aber... Nichtsdestotrotz, ne? Finde ich das Video jetzt nicht scheiße gemacht oder so. Ich mein, es ist so dieses... Dieses... Louis-Video, ne? Von den Ansichten, also von der Kameraführung her, finde ich... Ähm... Ja. Ja. Ja, pfff. Ich weiß nicht, was... So, ne? Also ich hätte mir doch ein bisschen mehr so... Ein bisschen mehr dieses Sommer-Ding gewünscht. Aber nichtsdestotrotz, geiles Teil. Feier ich extrem. Und... Ich ganz ehrlich, bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe mehr solcher Shit. Gerade jetzt im Sommer. Finde, Louis und Sommer passen richtig gut zusammen. Klar, Emotionen. Mhm. Bin ich auch da. Aber... Mit diesem Sound kriegt er mich immer. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns da nämlich wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.